Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben wieder interessante Themen für Sie. Genauer gesagt, das hier. Es war das absolute Spitzenspiel in der GFL Süd. Tabellen 1. die Schwäbisch Hall Unicorns gegen Tabellen 2. die Frankfurt Universe. Und es ging um nichts Geringeres als die Meisterschaft in der GFL Süd. Am Ende waren es die Gäste aus Schwäbisch Hall, die den Pokal des Südmeisters in die Luft halten durften. Die Unicorns haben das Duell mit der Universe mit 35 zu 28 für sich entscheiden können. Die 7500 Fans in Frankfurt hatten sich das zu Beginn des Spiels allerdings ganz anders vorgestellt. Denn immerhin waren die Men in Purple fast zwei Jahre zu Hause unbesiegt. Doch schon im ersten Drittel machte Schwäbisch Hall deutlich, wer in den letzten Jahren stets um die deutsche Meisterschaft gespielt hat. Der 7 zu 0 Führung nach dem ersten Viertel setzten sie noch einen drauf und konnten mit 14 zu 0 ihren Vorsprung ausbauen. Dann allerdings kam auch die Frankfurter in Schwung. Quarterback Markus McDade wird zwar von der Unicorns-Verteidigung gejagt, behält aber die Übersicht und findet mit diesem 61-Jahr-Pass David Hieron Jansa in der Endzone. Doch die Gäste hatten wie so oft an diesem Tag eine Antwort parat. Langer Pass, der Frankfurter Verteidiger unterschätzt den Ball und dann ist das Feld komplett offen. Nächster Touchdown für die Unicorns. Jetzt ging es darum, das Team weiter anzufeuern. Und es half. McDade findet diesmal Robinson in der Endzone. Und somit konnte Universe auch durch eine Two-Point-Conversion auf 21 zu 14 verkürzen. Es waren noch neun Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. Bis dieser Pass die Hoffnungen der lila Fans auf einen Sieg wieder etwas drückte. Martin Latka dementsprechend gelaunt. Nach der Pause allerdings waren es die Frankfurter, die den besseren Start erwischten. Wieder McDade auf David Hieron Jansa und wieder Touchdown für Universe. Neuer Spielstand 22 zu 28. Leider konnte Schwäbich Hall einen weiteren Touchdown erzielen, bis David Hieron Jansa zum dritten Mal an diesem Tag den Ball in der Endzone fangen konnte. Leider reichte es aber nicht mehr für einen Sieg. Universe unterlag den Unicorns mit 28 zu 35, die damit den Südmeistertitel für sich entscheiden konnten. Am Samstag gibt es in der Commerzbank Arena ein ganz besonderes sportliches Highlight. Die Saisoneröffnung der DEL 2 Eishockey im Fußballstadion. Die Frankfurter Löwen gegen die Kassel Huskies. Doch wer kam überhaupt auf die Idee und was passiert, wenn es wieder über 30 Grad wird? Diese Fragen beantworten wir jetzt gleich und anschließend gibt es eine Verlosung. Sie können Karten für dieses Event gewinnen. Bis gleich. Wenn Frankfurt und Kassel aufeinandertreffen, dann geht es immer heiß her. Seit Jahren gibt es das Duell und in unzähligen Spielen elektrisiert es die Fans jedes Mal aufs Neue. Am 10. September wird es wieder ein heißes Derby, denn es findet draußen in der Commerzbank Arena statt. Das Eishockey Summer Game. Wir sind so vor drei, vier Jahren mit der neuen Löwenzeit oder in der neuen Löwenzeit mal auf diese Idee gekommen, dass wir mal was anderes machen. Wir sollten zum Saisonauftakt bzw. in einer Saison eine andersartige Spielstätte. Eissporthalle ist Kult, aber auch neue Impulse der Marke zu geben. An dem Ort, wo die Frankfurter Eintracht zu Hause ist und Größen wie Michael Jackson, Madonna oder Bruce Springsteen gespielt haben, soll jetzt Eishockey gespielt werden. Eine super Idee, findet auch Frankfurts Sportdezernent. Großartig, weil man muss natürlich, um unsere Vereine zu unterstützen, auch mal Dinge machen, mit denen niemand rechnet. Und in der Fußballarena Eishockey zu spielen, das ist etwas, was ja normalerweise niemand versteht. Aber ich glaube, das ist eine charmante Idee. Und jetzt sind ja 30.000 haben sich schon angekündigt. Ich glaube, das Ding wird voll. Auch für die Beteiligten ist dieses Spiel kein Derby wie jedes andere. Und die Vorfreude ist groß, auch bei den Huskys. Ja, es wird, glaube ich, nichts anderes sein, wie einfach ein mega Gänsehautgefühl. Was mich alles erwarten wird und was für Eindrücke auf mich einprasseln, das weiß ich einfach nicht. Also hier werden ein Haufen Leute drin sein, die eine Menge Randale hoffentlich machen werden. Also im positiven Sinne natürlich. Und ja, wir freuen uns einfach und lassen uns überraschen. Das Dach wird geschlossen sein. Stehplätze wird es wie auch in der Eissporthalle geben. Doch was passiert, wenn es nochmal so heiß werden wird wie zuletzt? Die Eisqualität kann sicherlich ein bisschen unterschiedlich sein. Die Firma ISS, die die Eisfläche uns hierher zaubert, sieht bedenkenlos eine gute Eisfläche bis 25, 28 Grad. Natürlich kann es auch sein, dass wir hier drin am Ende 30, 32 Grad haben. Wir glauben, dass es eher im September, am Abend und dann bei geschlossenem Dach hier drin nicht so warm sein wird. Selbst wenn es draußen wirklich nochmal richtig schön werden sollte. Im Laufe des Tages werden sich viele Frankfurter Vereine präsentieren. Es wird ein Promi-Eisfußballspiel geben und als großes Highlight dann die Saisoneröffnung mit dem Spiel Frankfurt gegen Kassel. Bei so viel drumherum wird bis zum Spielbeginn das Eishockeyspiel an sich, selbst bei den Spielern etwas in den Hintergrund rücken. Ja, muss man ehrlicherweise schon sagen. Also wie ich eben schon gesagt habe, es sind eine Menge Eindrücke, die auf einen reinprasseln. Es ist sportlich, findet bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bulli eingeworfen wird, eine nebensächliche Rolle, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen. Wobei dann, wenn es losgeht, natürlich Fokus auf das Spiel legt. Aber es ist eine Menge drumherum auf jeden Fall. Für das Summer Game haben beide Teams extra Trikots anfertigen lassen. Die Löwen haben der Frankfurter Skyline einige Palmen zugeführt. Die Huskies setzen mehr auf den Hawaii-Look. Und genau für dieses Summer Game gibt es jetzt für Sie Karten zu gewinnen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.rmtv.de oder rufen Sie uns an unter 0137 822 01 und nennen Sie das Stichwort Summer Game. Ich wünsche Ihnen viel Glück und den Gewinnern viel Spaß im Stadion. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit Rollstuhlbasketball. Rollstuhlbasketball, ein Rausblick auf die Paralympischen Spiele. Bis gleich. Wir sprechen gleich mit der Rollstuhl-Nationalspielerin Marina Mohnen über ihre Erwartungen an Rio. I'll see you in the next one. Ganze Loven sich tatsächlich mit der Rollstuhlbasketball. Wir sind wieder zurück in der Sportschau und bei mir jetzt Marina Mohnen, Paralympics-Goldmedaillengewinnerin in London im Rollstuhl Basketball. Das ist vier Jahre her, jetzt steht Rio an. Mit was für Vorfreude oder Hoffnungen fährt man denn nach Rio? Vor vier Jahren haben wir die Goldmedaille gewonnen. Wir sind noch der amtierende Titelverteidiger. Wir hatten zwischendrin zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft. Wir haben versucht, das Niveau zu halten. Von der Besetzung her sind noch neun Spielerinnen von London dabei in Rio. Allerdings haben auch die anderen Mannschaften was getan. Es gibt einige Mannschaften wie zum Beispiel die Holländerinnen und die Britinnen, die sehr professionelle Verhältnisse haben, die wirklich Profi-Nationalspielerinnen sind. Die Holländer haben natürlich noch den Vorteil, dass sie auch ein kleines Land sind, wo sie sehr zentriert zusammengezogen werden können die Woche über. Das merkt man schon. Die kommen alle näher. Auch die Amerikanerinnen, die Kanadierinnen tun auch alle was. Und von daher sind wir, also wir werden hinfahren um eine Medaille zu spielen. Also nicht unbedingt dabei sein ist alles, sondern wir wollen natürlich auch schon unseren, ich sag mal, auch ein bisschen unseren, unseren Erwartungen gerecht werden. Unseren eigenen Erwartungen natürlich auch. Aber welche Medaille das jetzt nachher wird, das hängt immer von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also man hört ja auch in Rio Mücken und Krippe und so weiter. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie gesund bleiben wir, wie laufen die Spiele, wie. In London war das auch, ja, das war auch nicht vorher absehbar. Man muss wirklich von Spiel zu Spiel gehen, schauen, wie ist man gerade drauf. Man hat mal ein schlechtes Spiel, man hat mal bessere Spiele. Aber wir fahren schon hin, um eine Medaille zu gewinnen. Wenn wir nochmal, bevor wir zu Rio kommen, wenn wir nochmal an London zurückdenken, was für, wenn dich daran zurückerinnern, was für Bilder kommen einem da in den Kopf oder dir? Also so die Erinnerung daran ist erstmal, es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Wenn man gerade als Basketballer da ist, man spielt wirklich vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Man hat jeden Tag auch noch Training. Also der Tag besteht eigentlich nur aus Aufstehen, Essen, Halle, Essen, Halle, Essen, Schlafen so ungefähr. Man bekommt leider relativ wenig mit von den anderen Sportarten, weil man sehr fokussiert ist auf sich selber. Man hat auch kaum Zeit zwischendurch mal was anderes zu sehen. Aber was natürlich noch in Erinnerung geblieben ist, dass London jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Peking sehr viel, das Publikum sehr viel begeisterungsfähiger war. Also die Briten sind einfach Sportfans. Und was ganz toll war, ist einfach die Zuschauerkulisse, die Halle war ständig, fast ständig ausverkauft. Das Finale war, glaube ich, mit 15.000 Zuschauern ausverkauft. Auch am letzten Tag sind wir dann mal übers Gelände gelaufen mit unseren Goldmedaillen. Da waren 1.000 Leute, die uns ständig angehalten haben, mit uns Fotos machen wollten. Am letzten Tag waren auch alle Sportveranstaltungen ausverkauft. Also wir konnten auch selbst am letzten Tag nach unserem Finale keine Sportveranstaltungen anschauen, weil es halt alles voll war und ausverkauft war. Also das war schon für einen Sportler toll, dass einfach so diese Begeisterung auch im Vergleich zu den Olympischen Spielen, die hatten das medial super auch aufbereitet mit so einer Kampagne Thanks for the Warm-up. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, also quasi die das so ein bisschen dargestellt haben, als wären die Olympischen Spiele so das Aufwärmen für die Paralympics. Ja, genau. Sportprogramm. Ja, genau. Die auch wirklich die Briten auch für Paralympischen Sport wirklich sehr, sehr viel übrig hatten. Das ist ja auch nicht in jedem Land so. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in Rio sein wird. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wir hatten das Sportliche schon mal besprochen für Rio. Ansonsten mit dem ganzen Drumrum, mit was für Erwartungen fährst du da nach Brasilien? Ja, es sind tatsächlich ein bisschen gemischte Erwartungen, weil man hört ganz unterschiedliche Dinge. Also ich habe jetzt vom Bekannten gehört, der ist gerade da als Zuschauer, der sagte, das ist super, das ist total verrückt hier alles. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade die politische Situation gerade eben ist aktuell die Diskussion, gibt es überhaupt Geld für die Paralympics? Also sie werden wohl stattfinden, aber irgendwie ein bisschen abgespeckter Version. Also wo sie dann genau sparen werden, das müssen wir sehen. Oder wie viel es uns auch tatsächlich betrifft dann. Also keine Ahnung. Und dann gibt es ständig Gesundheitsinformationen über Stechmücken, über Grippeviren, die da kursieren. Also man ist da vorbereitet worden. Vielleicht ist es im Nachhinein gar nicht so schlimm, keine Ahnung. Aber es ist schon so, dass man denkt, okay, interessant ist mal eine andere Erfahrung. Südamerika war ich jetzt persönlich auch noch nie. Aber mal sehen, wie es wird. Also man geht so ein bisschen mit gemischten Gefühlen hin. Und ihr habt euch ja auch logischerweise sportlich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, mehrere Vorbereitungsturniere gespielt und eins davon, das war auch hier in Frankfurt. Die nationale Hymne würden die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen auch gerne in Rio hören. Und dann natürlich wieder mit einer Goldmedaille um den Hals. Eben alles so wie vor vier Jahren in London. Die Titelverteidigung wird allerdings alles andere als einfach. Denn andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, haben mächtig aufgeholt. Beim World Supercup in Frankfurt gab es gegen die Nachbarinnen eine deutliche Niederlage. Da hat im deutschen Spiel noch nicht viel geklappt. Wir haben einfach nicht gut als Team zusammengespielt. Also in der Defense haben wir nicht genug miteinander kommuniziert, dass da viele Fehler passiert sind. Wir haben es den Holländern einfach viel zu einfach heute gemacht. Zu den Abstimmungsproblemen machte sich auch fehlendes Wurfglück der deutschen Spielerinnen bemerkbar. Wobei dies für den Bundestrainer eher was mit Können zu tun hat. Das hat nicht was mit Glück und Pech zu tun. Man muss halt auch zu Hause dran arbeiten. Und in der Nationalmannschaft kann man kein Wurftraining mehr machen. Da sind die Mädels zu Hause gefordert, habe ich denen eben auch nochmal mitgegeben. Jetzt in den nächsten Wochen das Ganze nochmal zu steigern. Aber wie gesagt, da werden wir noch oder wird jeder Einzelne noch dran arbeiten und wir im Team zusammen. Doch trotz aller noch anstehenden Arbeit, die Vorfreude ist groß. Denn die Paralympischen Spiele sind einfach etwas ganz Besonderes. Ja genau, also die Paralympics sind natürlich für jeden Sportler das Größte, was man miterleben kann. Und ja, es ist einfach so eine tolle Atmosphäre, die man einfach bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft nicht hat. Weil man einfach die Sportler aus allen Sportarten beisammen hat. Und ja, das Leben schon allein im Paralympischen Dorf ist halt etwas ganz Besonderes. Weil es ist ja wie so eine eigene Stadt. Man hat da alles vor Ort. Aber es darf halt nicht jeder rein, sondern es sind halt nur Sportler. Und es war ja beim Vorbereitungsturnier in Frankfurt auch nicht alles schlecht, was die deutsche Mannschaft zeigte. Marina Mohnen beispielsweise wurde Topwerferin des Turniers. Und auch Mareike Miller mit der Rücknummer 4 spielte gut. Trotzdem unterlag das deutsche Team gegen die Niederlande mit 58 zu 44. Gefeiert wurde dagegen bei den Herren. Denn hier konnte das deutsche Team das Turnier gewinnen. Was natürlich große Hoffnungen auf die Paralympischen Spiele in Rio macht. Vor allem mit der Abwehr war der Bundestrainer sehr zufrieden. Ich glaube, unsere Gegner hatten Schwierigkeiten mit unserer Verteidigung. Das macht mich sehr glücklich, weil das sollte unser Prunkstück werden oder ist es vielleicht sogar schon. Und ja, von daher vielleicht auch insbesondere mit der Tiefe der Bank, die wir haben, irgendwie, dass wir gut rotieren konnten und unser Level halten konnten. Also ich bin momentan rundum zufrieden. Das konnte auch Thomas Böhme sein. Der Spieler aus Wetzlar vom RSV Lahn-Dill zeigte eine gute Leistung. Die Stärken der Deutschen sind bekannt. Gerade in diesem Turnier hat man gesehen, wir können viel rotieren. Wir können Spielern eine Pause geben und wir haben eigentlich nicht wirklich einen Leistungsabfall. Und natürlich, was jede deutsche Mannschaft auszeichnet. Turniermannschaft und Kampfgeist. Doch trotz guter Vorbereitung wird nichts dem Zufall überlassen. Das Team hat bereits brasilianische Luft geschnuppert. Wir waren ja vor drei Wochen schon da in Rio und haben schon mal ein Trainingslager gemacht. Ein paar Testspiele gegen Brasilien. Wir haben das Land schon mal angucken können. Die haben die Euphorie der Paralympics schon vor Ort gesehen. Und ja, wir freuen uns riesig darauf. Also wir konnten in das Stadion noch nicht rein. Die waren alle noch abgesperrt irgendwie. Aber wir sind ganz heiß darauf, dass es endlich los geht. Das Erreichen des Viertelfinales ist Minimalziel bei den Herren. Platz fünf wäre ein Traum. Doch zur Zeit überwiegt trotz anstrengender Vorbereitung vor allem die Vorfreude. Ja, das ist natürlich das Ereignis für jeden Sportler schlechthin. Ist schon groß die Vorfreude natürlich. Aber dadurch, dass wir jetzt auch schon so lange darauf hingearbeitet haben, mit Quali durch die EM uns qualifizieren mussten und dann eigentlich wussten, okay, wir sind wirklich, wir sind dabei. Seitdem ist eigentlich schon die Freude da. Und jetzt umso näher, es kommt natürlich umso, umso größer wird die Freude. Am 7. September starten sie die 15. Paralympischen Spiele. Ja, soviel zum Vorbereitungsturnier muss ich sagen. In Frankfurt ist es für euch noch nicht ganz so gut gelaufen. Danach ist es wesentlich besser gelaufen. Ist ja dann auch die Zeit bis Rio kürzer gewesen. Es ist ja gut so, dass eine positive Tendenz da ist. Wenn wir nochmal bei dir an den Anfang der Rollstuhlbasketball-Karriere blicken. Du hast sehr, sehr erfolgreich Fußgängerbasketball gespielt. Dann eine relativ starke, heftige Verletzung im Knie, dass es eben nicht mehr möglich war. War für dich dann gleich klar, okay, jetzt spiele ich Rollstuhlbasketball einfach, um beim Basketball bleiben zu können? Es war relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall gerne was sportlich weitermachen möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 20. Also ich war jetzt noch nicht so bereit in die Trainerkarriere, irgendwie eine Trainerkarriere zu starten oder nur noch zuzugucken. Also ich wollte gerne irgendwas machen. Und damals war es halt so, dass zufällig in meinem Heimatverein in Wittburg eine Rollstuhlbasketball-Abteilung gegründet wurde mit einer Mannschaft. Und die habe ich gesehen auf einem Freundschaftsturnier, wo sie quasi so ein Einlagenspiel gemacht haben. Dann habe ich mir gedacht, oh ja, könntest du ja mal ausprobieren. Kannst ja einfach mal hingehen, vielleicht mal so zu einem Spieltag mal zum Anschauen. Das war aber Sommer und der nächste Spieltag wäre irgendwie im Winter gewesen. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann gehst du doch mal zum Training. Aber zuerst habe ich gedacht, naja, ich schaue erst mal zu. Und wurde dann aber sehr, sehr schnell überredet, mal mitzumachen. Und animiert von meinen späteren Mitspielern dann. Und ja, dann habe ich mich halt in den Stuhl gesetzt und mitgemacht. Und was daraus werden würde, hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geahnt. Ich war einfach froh, dass ich eine Sportart gefunden hatte, die ich trotz meiner Knieverletzung weitermachen konnte. Und natürlich war es dann auch noch Zufall, dass es auch noch tatsächlich Basketball war, wo man natürlich schon Sachen mitnimmt, die man schon kann vom Fußgängerbasketball her. Und ja, das war dann eigentlich eine Glückssache. Und im Nachhinein muss man sagen, naja, das war vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, das zu machen. Jetzt war ja klar, werfen und sowas ist ja dann doch ähnlich. Aber ja, das Handling mit dem Rollstuhl war ja dann auch komplett neu für dich. Wie schwer war das da am Anfang reinzufinden? Ja, das war schon schwierig am Anfang, weil alle anderen, die um einen rum sind, können sehr gut Rollstuhl fahren, sind vielleicht Rollstuhlfahrer auch im Alltag. Also da kommt man sich am Anfang ein bisschen blöd vor, weil man, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man weiß, wie Basketball an sich funktioniert. Man kommt aus dem Fußgänger, Basketball werfen ist kein Problem. Aber man muss erst mal lernen, sich im Rollstuhl zu bewegen. Und am Anfang kann man das gar nicht. Und da fährt wirklich jeder an einem vorbei, egal wie viele Punkte er hat, was für einen Behinderungsgrad er hat. Das ist am Anfang schon, dann wird man auch ein bisschen veräppelt, weil man nicht so gut fahren kann. Das ist auch ganz normal. Aber ja, man kommt dann rein. Das ist wie bei jeder Sportart, wo man ein neues Sportgerät lernen muss, damit umzugehen. Das dauert ein, zwei Saisons und dann hatte ich es irgendwann dann auch einigermaßen drauf. Und ja, es ist halt eine Trainingssache im Endeffekt. Ja, wie fast alles in allen möglichen Sportarten. Jetzt ist aber für dich hier noch im Rhein-Main-Gebiet oder in Hessen noch etwas Besonderes. Du arbeitest im hessischen Innenministerium dort auch für Sport, für Sport mit Behinderten. Genau. Ich bin im Innenministerium, in der Sportabteilung tätig, im Referat Sport für Menschen mit Behinderung und Inklusion. Und deshalb ist auch der Grund, warum ich jetzt in Wiesbaden wohne und in Frankfurt spiele. Das ist eine tolle Gelegenheit gewesen. Ich bin ja seit einem Jahr da, hatte da die Möglichkeit eine Stelle zu bekommen, obwohl ich aktive Sportlerin bin, auch mit einer entsprechenden Sonderurlaubsregelung. Das ist nicht selbstverständlich, dass man Arbeitgeber findet, die das machen. Von daher muss ich da ein großes Lob an das Land Hessen aussprechen, die da wirklich sehr vorbildlich auch mit ihren Sportlern umgehen, um die auch im Sinne von dualer Karriere auch zu versorgen und auch ihnen eine Perspektive zu bieten, um nach der sportlichen Karriere einfach eine Zukunft zu haben. Muss man dann sagen, in dem Fall wirklich ist das Hobby dann auch zum Beruf geworden? Ja, auf jeden Fall, weil ich im Bereich arbeite, wo ich auch jetzt aus meiner Erfahrung als Rollstuhlbasketballer, als Behindertensportler auch schon viel einbringen kann. Aber auch natürlich noch viel dazu lerne über andere Sportarten im Behindertensport, auch über die Systeme. Also ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, wo ich vorher keine Ahnung von hatte. Das ist eine ganz schöne Mischung. Das ist wirklich eine spannende Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. In deinen Augen, was muss sich denn oder was muss sich noch ändern im Ansehen des Behindertensports? Ja, also ich sage immer, das ist, es ist ein bisschen vergleichbar auch mit anderen Randsportarten, finde ich, bei den Olympischen Spielen. Da sind auch viele Sportarten, die jetzt nichts mit Behindertensport zu tun haben, die man auch nur alle vier Jahre irgendwo mal im Fernsehen sieht, dann wenn Olympische Spiele sind. Ja, von daher muss man halt regional schauen, dass man seine Fans animiert. Gerade jetzt, wir haben ja die Möglichkeit, dadurch, dass wir einen normalen Liga-Betrieb haben im Rollstuhlbasketball, halt auch die Leute im Winter in die Halle zu bekommen, zu den normalen Bundesligaspielen. Als Zuschauer, genau. Genau, das haben ja andere Sportarten die Möglichkeit gar nicht. Und das müssen wir halt verstärkt machen, versuchen, das normale Publikum, vielleicht gerade das Basketball-Publikum auch für Rollstuhlbasketball zu faszinieren. Es kann in Deutschland, du hast es eben in der Bundesliga angesprochen, jeder mitmachen. Man muss noch nicht mal irgendeine Behinderung haben, um mitmachen zu können. Wie schwer ist der Einstieg oder würdest du sagen, ist eigentlich eine Sportart, die jeder mal ausprobieren kann? Also ich versuche das, seit ich jetzt Rollstuhlbasketball spiele, erkläre ich den Leuten, dass man in der Bundesliga noch nicht mal irgendeine Behinderung haben muss, noch nicht mal einen Knieschaden. Und dass es gerade für Leute, die zum Beispiel einen Knieschaden haben, aus dem Basketball, da gibt es ganz, ganz viele, dass es für die auch eine gute Möglichkeit ist, den Sport weiter zu betreiben. Also so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Ja, genau. Es ist aber trotzdem immer wieder ein bisschen schwierig, weil viele da so Vorbehalte haben, die dann denken, oh, das ist ja irgendwie ein Rollstuhl, habe ich ja ein komisches Gefühl oder würde ich niemals auf die Idee kommen. Aber ich kann immer nur sagen, also es ist es wert, es auszuprobieren. Und man kann damit auch sehr erfolgreich sein, man kann weiterhin den Sport weiter betreiben. Und es ist auch eine Sportart für, wie du jetzt gerade sagst, für Nichtbehinderte, weil es ist in dem Sinne, wenn wir jetzt damit Sport betreiben, es ist kein Rollstuhl, sondern es ist ein Sportgerät. Ja. So wie jedes andere Sportgerät auch, mit dem man erst lernen muss umzugehen. Und die Behinderung, die tritt dabei eigentlich komplett in den Hintergrund. Also da heißt es einfach Hemmungen abbauen und es einfach mal ausprobieren. Genau. Ich danke dir für das Interview, wünsche ganz viel Erfolg und ich glaube auch ganz viel Spaß bei den Olympischen Spielen in Rio. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche. Wir sehen uns dann wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.